So, endlich, Kapitel 40 von Lass dein Glück nicht ziehen. Aus irgendeinem Grund ist wohl ein Stream abhandengekommen, den habe ich irgendwie nicht runtergeladen und dann löschte sich nach 14 Tagen selber und deswegen sind die Kapitel irgendwie verschollen gewesen. Und irgendwie kam ich nie dazu, die nach aufzunehmen. Wie wir sehen, wir sind auch gerade gar nicht im Stream, weil ich das doof finde, im Stream einfach schon noch ein Kapitel zu lesen, was wir schon mal hatten und deswegen nehme ich das jetzt einfach selber auf und hoffe, dass es trotzdem euch Spaß macht und dann können wir auch bald wieder regelmäßig Lass dein Glück nicht ziehen, fortfahren lassen und ja, viel Spaß mit Kapitel 40. Während Termine auf dem Schoß von Draco saß, las sie den Artikel aus dem Tagesprophetenlaut vor. Die Zauberwelt ist in Gefahr. Der Zaubereiminister Cornelius Fudge, der dieses Jahr wieder in sein Amt eingetreten ist, nachdem Rufus Grimcha seinem Herzinfarkt erlag, rückt endlich mit der Sprache raus. Denn sowohl er als auch der Präsident der MACUSA, Zaubereikongress der Vereinigten Staaten Amerikas, Samuel G. Quark, Quark kann auch sein, befinden sich am Rande der Verzweiflung. Seit Wochen hält eine Gefahr die Regierung in Atem, ohne dass die Bevölkerung es weiß. Ein künstlich gezeugtes magisches Wesen, das aus einem hochsicherheitsgeschützten Gebiet in der Nähe der kanadischen Provinz ausgerissen war, wird nun fieberhaft gesucht, um Schlimmeres zu verhindern. Das Tragische dabei ist, dass dieses Wesen sich, wenn es Gefahr lauert, unsichtbar tarnen kann. Seiner Gefährlichkeit hat er den Namen Demontia zu verdanken. Insider nennen diesen auch der schwarze Dämon. Dieser wurde in einem Labor mit dem ungarischen Hornschwanz, einem Chamäleon und einer Akromantula von einem hoch engagierten Wissenschaftler gekreuzt. Nach Jahren der Forschungen verstarb dieser nun und es ist dem Demontia gelungen, sich aus dem Untergrund seiner Gefangenschaft aufgrund seiner drohenden Hungersnot zu befreien. Dieser gilt als hochaggressiv und gefährlich. Dabei ist er mehrere hunderte von Metern groß. Aktuell ist kein Zauber dazu fähig, den Demontia auszulöschen. Inzwischen ist er weiter in den Norden gewandert, wie Anwohner berichteten, nachdem Demontia ein Waldgebiet in Pennsylvania zerstört und in Brand gesetzt hat. Die Tragweite war Mr. Fudge schon von vornherein bekannt, jedoch wurde es streng unter Verschluss gehalten, um die Bevölkerung nicht in Angst und Schrecken zu versetzen. Weder der Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen, noch der Abteilung für internationalische magische Zusammenarbeit ist es bisher gelungen, eine Lösung zu finden. Mehr auf Seite 3 bis 15. Auf dem Bild war ein Bild, ein bewegliches Bild, achso, das war ein Bild, Mila, eines Waldbrands und eine riesige Kreatur, die sich nach Sekunden tarnte. Es war einfach furchtbar. Hermine sah von der Zeitung auf und blickte Draco fassungslos an. Wie konnte das Ministerium es verschweigen? Das ist doch fahrlässig! Draco zuckte nachdenklich mit den Schultern. Mich würde mehr interessieren, wie man den Demontia überhaupt gefangen nimmt oder tötet und weswegen selbst der Unverzeihliche nichts bringen würde. Hermine stand nachdenklich von Dracos Schoß auf und lief mit der Zeitung hin und her. Draco beobachtete sie dabei, als sie dann urplötzlich stehen blieb und ihn anschaute. Aber natürlich! Der Demontia wird aus Milliarden von Mikroorganismen bestehen. Das heißt, selbst wenn man eines seiner Körperteile trifft, lebt der Rest weiter. Merlin, ich muss sofort mit Harry reden! Draco stand auf und nahm Hermine die Zeitung aus der Hand. Jetzt mach dich nicht verrückt! Und was soll schon Potter ausrichten? Ich bitte dich! Hermine blickte Draco euphorisch an. Wir gründen unser eigenes Gremium. Ich mit meinem Allgemeinwissen und den Zauberkünsten. Harry ist Auror. Er kennt sich damit aus und Ron ist wahnsinnig gut im logischen Denken. Und vielleicht kannst du auch deinen Beitrag dazu leisten, Draco. Du hast Zugang zu Snapes Büro, oder? Und außerdem bist du genial in Zaubertränke. Vielleicht können wir ein Mittel finden, um den Demontia zu zerstören. Hermine schritt an Draco heran und blickte ihn voller Enthusiasmus an. Verstehst du nicht, Draco? Wir können die Welt retten! Draco hob skeptisch eine Braue und beugte sich belustig zu ihr vor. Es war so lächerlich, wie sie beide in ihren Pyjamas dastanden und Hermine darüber sprach, die Welt zu retten. Draco dämpfte ihre Euphorie. Wen willst du als nächstes noch mit in diese nette Runde einladen? Etwa Longbottom? Oder Lovegood? Hermine schien für einen Moment darüber nachzudenken, als sie dann langsam nickte. Aber ja, natürlich. Wieso bin ich nicht selbst darauf gekommen? Luna kennt sich unglaublich gut mit magischen Wesen aus. Und Neville ist Kräuterexperte. Und vielleicht können wir sogar zu... Hä? Draco schnaubte abfällig und schüttelte den Kopf, während er die Brünette unterbrach. Das ist doch nicht dein Ernst, Hermine. Potter hat sich neulich mit einer Pflanze getarnt. Und er hat sogar Angst vor Wieselettes Schatten. Und Lovegood? Die lebt in einer anderen Welt. Die kämpft für Unkraut und glaubt an... Schlaaah, Schloh. Wie heißen die Dinger? Hermine verschränkte ihre Arme. Schlickschlupfe, Draco. Draco fuhr mit einer Grimasse fort. Die glaubt an Schlickschlupfe. Und Longbottom? Sorry, aber der kriegt keinen Satz, ihn ohne zu stottern. Und das einzige, was er mit seinen Kräutern kann, ist, einen Tee zu kochen. Und Weasley und logisches Denken? Puh! Es ist höchstens gut im Nichtdenken. Hör auf zu spinnen jetzt, das ist doch lächerlich. Hermine schaute Draco fassungslos an. Sag mal, Draco. Was glaubst du, wie wir Voldemort zum Sturz gebracht haben? Warst du dabei, als das alles geschehen ist? Wir waren wochenlang unterwegs, hatten nichts zu essen. Und es war furchtbar. Hermine blickte besorgt aus dem Fenster. Draco legte seine Hände auf ihre Schulter. Beruhigst du dich bitte mal? Ich glaub nicht, dass das Ministerium auf einen Haufen Jugendlicher angewiesen ist. Die Brünette schaute Draco fassungslos an. Was wäre, wenn es London betreffen würde? Was wäre, wenn der Demons hier hierher kommen würde? Hättest du keine Angst? Fatsch ist ratlos, sonst hätten sie das nicht veröffentlicht. Draco seufzte und blickte in ihre Augen. Dabei musste sie leicht zu ihm hinaufsehen, während er genervt auf sie einredete. Schau. Nach gestern habe ich keine Lust auf irgendwelche sinnlosen Diskussionen mit dir. Man muss nicht immer mit dem Helden, man muss nicht immer den Helden spielen, Hermine. Du bringst dich selber in Gefahr, wenn du dich in Dinge einmischst, die dich nichts anzugehen haben. So wie gestern. Hermine blickte Draco erschüttert an und machte einen Schritt zurück. Was sagst du da, Draco? Ich mische mich in Dinge ein, die mich nichts angehen? Du hast mir jetzt noch immer... Nee. Du hast mir bis jetzt noch immer keine Erklärung für deine Lügen abgeliefert. Ich glaube, dir ist manchmal die Tragweite über deinen Handel nicht bewusst. Und stattdessen sind immer anderen schuld. Du nimmst alles leichtfertig so hin, aber so läuft das im Leben nicht. Ich! Draco unterbrach Hermine erneut und wurde dieses Mal dabei laut. Seine Augen blitzten vor Wut. Narzessa hat Scheiße gebaut und ich muss es wieder ausbaden, okay? Ich diskutiere mit dir nicht darüber und du kannst froh darüber sein, dass ich das Thema vergesse. Astoria hätte sich niemals gewagt, ihre Hand mir gegenüber zu erheben. Und das vor einem Freund von mir. Sowas geht nicht. Hermine hatte das Gefühl, als wenn das ein schlechter Albtraum war. Sie sah Draco einfach nur an, bis sie nur noch fassungslos den Kopf schütteln konnte, während Draco wütend vor ihr stand und sich zu beherrschen versuchte. Du raffst es nicht, oder Draco? Ich verstehe die Trauer über deinen Verlust. Aber ich bin nicht Astoria. Ich bin nicht sie. Und sie ist nicht ich. Hast du das immer noch nicht verstanden? Und was war das überhaupt mit Scorpius gestern? Warum hat der Kleine so traurig ausgesehen? Nein. Hast du ihm gesagt, dass er damit nicht rechnen soll, dass ich jederzeit gehen könnte? Hermine bebte und sie zitterte am ganzen Leib. Die Situation drohte zu eskalieren. Draco verschränkte die Arme und schritt belustigt näher an sie heran. Du hast Glück, dass ich deinen Wutausbruch gerade nicht ernst nehme. Und nein, hab ich nicht. Scorpius soll dich nicht seine Mutter nennen. Das war's. Hermine weitete ihre Augen. Sie konnte nicht mehr weinen. Sie hatte keine Tränen mehr zum Weinen. Stattdessen sprach sie teilweise schockiert und teilweise belustigt. Ach, so ist das, ja? Ist das deine Retourkutsche für das Spionieren, Draco? Dass du einem Kind verbietest, eine Vertrauensperson zu haben? Draco packte Hermine an ihren Schultern und presste sie wütend gegen die Wand. Jetzt sei leise. Reiß dich gefälligst zusammen. Du bist blind vor Wut. Merkst du das nicht? Und es ist keine Retourkutsche. Mein Junge ist verwirrt. Er erfindet irgendwelche Fantasienamen und weiß nicht mehr zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden. Er denkt, seine Mutter hat ihn verlassen, weil sie ihn nicht geliebt hat. Hörst du nicht, wie er Astoria als seine alte Mom und dich als seine neue bezeichnet? Und wie er von irgendeinem Fridolin erzählt? Er weiß nicht mehr, was Wahrheit und was Lüge ist. Und du bist nicht seine Mutter. Du bist meine Freundin, aber nicht seine Mutter. Er hat es zu verstehen. Traurig, dass ich es dir erklären muss. Hermine schubst zu Draco von sich weg. Nein, Draco. Die Wahrheit ist, dass du ihm bei der Bewältigung seiner Trauer nicht beigestanden hast, weil du mit deiner eigenen Trauer beschäftigt warst. Ich war deinetwegen verwirrt. Er war deinetwegen verwirrt. Er hat doch nur einen Anker gesucht, an dem er sich festhalten kann. Ich bin für ihn dieser Anker gewesen. Meinetwegen hätte er mich auch Großmutter nennen können. Er ist ein Kind. Kinder brauchen ihre Zeit. Und das verstehe ich sogar als eine Frau, die kein Kind hat. Du hattest kein Recht, ihm diese Bedeutung zu nehmen. Hermine wurde immer lauter und ihr Herz raste, während sie Draco diese Worte entgegenspuckte. Im selben Moment wünschte sie sich, dass sie diese Worte nicht ausgesprochen hätte. Aber es musste gesagt werden. Es musste alles raus. Denn zu viel hatte sich aufgestaut. Doch Hermine war noch nicht fertig, während er sie fassungslos anstarrte. Ich habe mich auch noch schuldig gefühlt dafür, dass ich dir nachspioniert habe. Nur weil du einfach nicht die Eier in der Hose hattest, es mir zu sagen. Mit mir kann man Pferde stehlen, Draco. Gegebenenfalls hätte ich selber den Vielsaftkrank getrunken und hätte dich als Scorpius begleitet. Ich bin selber nicht fehlerfrei. Aber so wie es gerade ist, stelle ich mir eine Beziehung auch nicht vor. Aber so wie es gerade ist. Du versprichst mir Sachen, aber andererseits belügst du mich. Du sagst, es ist okay, wenn Scorpius mich seine Mom nennt. Und andererseits ist es dann doch wieder falsch. Und du schaffst es immer wieder, mir das Gefühl zu geben, dass ich nicht genug bin, weil du mich mit Astoria vergleichst. Hermine lief einige Schritte auf Draco zu und blickte ihm selbstbewusst in seine Augen. Sie atmete tief ein und tippte sich auf die Brust mit einer sanften Stimme, während sich ihre Augen mit Tränen füllten. Aber sie würde nicht weinen. Dieses Mal nicht. Es war das Adrenalin, das in ihren Körper rauschte. Und sie nutzte den Moment seiner Fassungslosigkeit, weil er niemals gedacht hätte, dass Hermine ihm die Meinung so ins Gesicht geigen würde. Aber ich bin gut genug Draco. Und ich bin mir über meinen Wert bewusst. Ich bin Hermine Granger und meine Freunde sind keine Schwachköpfe. Und ja, wir, ein Haufen Jugendliche, können die Welt retten. So wie wir es schon mal gemacht haben. Als alle anderen weggesehen haben. Hermine lief auf die Wendeltreppe zu, um in ihr Zimmer zu gelangen. Kurz bevor sie diese hinaufstieg, wandte sie sich zu Draco um, der ihr wie paralysiert hinterherblickte. Ich glaub an uns, Draco. Aber wenn ich dir nicht genug, genüge und wenn keine Frau an deiner Astoria herankommt, dann trenn dich von mir. Ich bin nicht so perfekt wie sie und will es auch nicht sein. Hermine war nun endlich aus seinem Blickfeld verschwunden und lief in ihr Zimmer. Am ganzen Körper zittern schnappte sie sich Pergamente und ihren Federkiel aus Phönixfeder, um hastig eine Mitteilung zu kritzeln. Denn für Tränen war jetzt keine Zeit. Sie lief schnell in das Zimmer von Scorpius und legte ihm die kleine Mitteilung unter sein Kopfkissen, dann wieder in ihr eigenes Zimmer, um sich Jeans und Bluse überzuziehen. Sie schnappte sich ihre Perlenhandtasche und wollte gerade apparieren, als Draco in ihr Zimmer kam. Er hatte sich etwas übergezogen und blickte sie mit einem merkwürdigem Blick an. Hermine senkte ihren Kopf. Sie konnte ihn nicht ansehen. Es tat viel zu sehr weh. Für einen Moment schwiegen beide, doch er sagte nichts. Nichts, nichts und wieder nichts. Deswegen musste sie es tun, so schwer es auch war. Ich werde erst einmal in meiner Wohnung bleiben. Ich bin dir dankbar für alles, was du für mich getan hast. Wenn es okay für dich ist, dann will ich Scorpius jeden Tag von der Schule abholen und ihn nach Hause bringen. Ich bin in einer Woche in New York. Wenn du willst, können wir dann über alles reden, wenn ich zurück bin. Vielleicht tut uns der Abstand gut. Draco sah Hermine in die Augen. Sie wüsste zu gerne, was in ihm vorging. Aber er sagte nur einen Satz. Hermine, pass auf dich auf. Sie blickte ihn an und es brach ihr wieder das Herz. Nicht ein einziges Wort von ihm. Nicht eine Rechtfertigung. Er war nicht wütend, nicht traurig, gar nichts. Er sagte nicht mal, dass sie sich nochmal aussprechen würden. Es fühlte sich an wie das Ende. Und Hermine hatte das Gefühl, als wenn sie gemeinsamen Wochen und Monate an ihr vorbeigerauscht waren und sie nie existiert hatten. Dass sie ihm nie ihr Herz und ihren Körper geschenkt hatte. Dass sie ihm nie ihre Seele offenbart hatte. Dass alles umsonst war. Er war einfach nur emotionslos und kalt. Ob das nur eine Mauer war. Keiner sagte ein Wort, bis sich Draco umwandte und aus ihrem Zimmer gehen wollte. Hermine konnte es nicht fassen. Draco? Draco wandte sich um. Ja. Hermines Augen füllten sich mit Tränen. Ich liebe dich. Seine wunderschönen Augen, die aussahen wie Diamanten, blickten in ihre traurigen und er zögerte einen Moment, ehe er antwortete. Ich dich auch. Mit diesen Worten verließ er ihr Zimmer und Hermine apparierte davon. Dennoch eine einzige Sekunde länger in seiner Nähe und sie wäre weinend in seine Arme gerannt. this 기억 чтобы ich es wieder gel pyramid masks丈.